hallo zusammen in dem kurzen video geht es jetzt rein um eine kleine funktion den automatischen parkassistenten ich konnte es mal ausprobieren ich konnte es zweimal ausprobieren beide situationen sind hier drin ich muss gestehen hat mich persönlich nicht überzeugt ist mir zu grob und zwar dreht sich das lenkrad extrem schnell und ruckartig das könnte man vielleicht noch akzeptieren was aber ganz schlimm war ist die gaspedal steuerung es ist absolut unsensibel gewesen also ich muss ehrlich gestehen ich hatte es war ja ein leihwagen probefahrt angst das auto zu beschädigen aber hört die original töne so schauen wir mal den parkassistenten hinkriegen oder und falls sich jemand fragt woher dieses komische brummgeräusch kommt das ist die lüftung so was muss ich denn hier machen so start macht irgendwas beschleunigen fühlt sich nicht gut an ist nicht sehr sensibel das ist nicht schön also es fühlt sich nicht gut an also da bin ich würde ich jetzt an den ding kommen also man sieht es hier nicht aber hier sieht man es da wäre ich jetzt an den bordstein gekommen will ich jetzt die felge nicht schädigen so schauen wir mal den parkassistenten so was kachel nein auto automatischer parkassistent start beschleunigen sie auch hier ist kurze ergänzung hier ist der komfort modus das erste manöver war sport modus fühlt sich auch hier nicht gut an das a der von von Untertitelung des ZDF für funk, 2017